ja und damit willkommen zurück nächste folge nix ist glück so heilen brauchen wir eigentlich nicht das war ja genesung hier haben wir noch mal heilung du in charge i'll trust my own judgment kain yank no Droll, connect the nerves of the transponder. We must escape, now. Do it. We will deal with the Geikh after we escape. Connect the nerves. Nerves? We will connect them. This thing is falling fast. Got to right hit it. Okay. 75%. Schatten, Herz. Time to meet your maker. I'd better take a peek. Okay, das hat so funktioniert. Make way. Life comes easy these days. Another step forward. Take this, or sir, you will have your head. And what might you be hiding? I'm fury. I am death. Ne, was war denn hier? Fehlschlag. I hope you did it. Yeah. At the ready. No more the devil. We must take it. Take the transponder. Take the transponder. Take two. Take the transponder. Take it. Take it. I will ascend. Da kann man noch gnocken gleich, ok Fehlschlag. Das ist nun, oder nicht. Ich gehe von hier. Ich gehe von hier. Ah, die treffen wir leider nicht, ne, das ist... Time to strike! Und jetzt? Time to strike. Still on my feet. okay so und somit ja das geht ja noch weiter jetzt kommt die okay wir müssen jetzt wir müssen jetzt gas geben schnell looten drast geben weil die haben 57 das schafft man nicht und Das ist eine Gratitude für Sie. Zeit für Sie. Man sollte sich für alles verwendet werden. Es gibt Angst. Hurry! Bevor sie schreien! Ich bin Fury. Ich bin Death. Was liegt drin? Hm, der wird wahrscheinlich leer sein. Nee, hat doch was dabei. Okay, die kommen jetzt ganz schön nah. Wir müssen jetzt auch sporten. Ich hätte gerne hier unten noch alles gelootet. Ich bin hier unten gelootet. Ich bin hier unten gelootet. Okay. Ich bin hier unten. Ich bin hier unten gelootet. Ich habe Angst. Okay, ja. auf dem Treppchen. Und würde ich sagen, ziehen wir mit der gleich durch. WDR mediagroup GmbH. UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Tagebruch aktualisiert. Okay. Rufenaufstieg. Kämpfer Stufe 2. Aktionen. Tatendrang. Halte sofort eine zugesetzte Aktion, die du in diesem Zug einsetzen kannst. Das ist sehr schön. Ich weiß, dass wir auch noch später können wir noch andere Klassen mit reinnehmen. Wir sind ja jetzt Kämpfer. Später können wir dann quasi splitten. Wir können dann sagen wir machen Gimpfer und Baba oder Magier oder sowas. Das ist schon cool. Oh, es gibt hier hinten nichts. Oh, Schattenherz. Das Ding. Nach dem Artefakt greifen? Nee. Ja. Wir wecken sie auf. Aufstehen. Ist doch egal. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind die Glückwunsch. Über all die Körpern. Ich erinnere mich, das Schiff. Ich erinnere mich, dass sie fallen. Sie sind nichts. Okay. So. John, was wirds? Guter Vorschlag. Hier. Wir wollen zusammenbleiben. Wir brauchen uns. Und wir wissen beide, was zu tun ist. Ich kann nicht über eine bessere Firma denken. Na schön. Paschen wir auf. Was passiert, wenn man sagt, ne, hier trennen sie schon unsere Wege? Sind die dann weg, die Karte? Dann können wir die irgendwo wieder treffen. Ich leide den Weg. Wo denn? Noch mal Beutel. Rucksack. Oh ja, wir haben noch ein Fass. Was? Ich hoffe. Gut, mit der Krempe. Die Beutel und die Rucksäcke und sowas, das könnten wir theoretisch komplett einpacken. Aber... Also was sortieren dann später angelangt. Aber ich glaube, wir werden sowas dann eh noch verhäuft oder vermehrt finden. So. Fische, Fische. Na gut. Noch mehr Fische. Fische. Fische Wasser. Da muss ein Settlement nebenbei sein. Sehen wir das Lieder? Cool. Und wir rudern. Die Gischt spritzt ins Gesicht. Wir rudern. Die Gischt stört uns nicht. Wir rudern. Das Meer zu unseren Füßen. Okay. Oh hey. Sie führt die See. Sehr gut. Nehmen wir mit. Vorräter. Da ist alles kaputt. Ein Brief. Oh, wir können ja das... Ja. Ausrüsten. Cool. Rumsäbel. Machen wir mal zur Ware. Rüstung 14. Das ist auch 14. 13. Das gibt mir eher. Und du gibst mir das wieder. Und dann kann man das zum Fahren anzufügen. Brief. Was haben wir denn hier Schönes? Was? Sei. Ich liebe dich. Äh. Ich hab's gesagt. Und wenn du mich morgen triffst, werde ich es wieder sagen. Und wieder. Bis wir alt und grau sind. Wir sollten es wagen. Lass uns nach Baldur's Gate gehen. Ich weiß, es ist riskant. Aber hier zu bleiben ist es auch. Die letzten Monate waren hart. Aber... Alles ist etwas einfacher. Wenn du bei mir bist. Verlass dein Boot und triff mich am Hügel an der alten Brücke. Bring mit was du tragen kannst. Wir schaffen es schon ohne den Rest. Verspäte dich nicht. In Liebe deiner Anna. Okay. Was können wir Waren hinzufügen? Wasser. Gut. Das Schwert könnten wir auch wegschmeißen theoretisch. Und nix. Magisch auch zu Waren. Den Ring. Keine Ahnung was da bringt. Verkaufen der hat da gar keine... Keine Bonuse drauf. Hier haben wir noch einen Dolch. Fastlafter Verstand. Menschliches Gehirn. Lebendig und intakt. Entgeben von... Cereboliz... So. Okay. Was ist das? Malachit. Schuft drauf. Toll wieder geleben. Okay. Mehr Gras. Wir brauchen mehr Gras. Fischerin. Das ist sie wahrscheinlich. Eine Zweie. Okay. Rezept voll geht's, weil jetzt soll ich den Haar drücken. Hier geht es anscheinend ins Schiff wieder rein, wir grasen erstmal hier einmal rings oben so ein bisschen ab und dann gucken wir uns da drunter mal um naja klassenoptionen damit musste jetzt hier spielen oder was? Na gut Sie hat Stufenaufstieg, Kleriker Stufe 2 Zauberplatz, Stufe 1 freigeschaltet Göttliche Machtvolle fokussieren und Tote wieder, ach ne und Tote vertreiben Lenke deine Gähner mit einer Illusion ab, im Armstab von bis zu 3 Meter von der Illusion sind deine Angriffe ein Vorteil, ok Zauber Wasser erschaffen oder zerstören, ruf Regen herbei oder zerstören, eine wasserbasierte Oberfläche Unverursachung, ja ich glaube das heilen immer auf jeden Fall, gut, das mal so Dann würde ich sagen machen wir hier ja wieder einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder, bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss! 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 Vielen Dank.